So Freunde der Nacht, es tut mir leid, wir haben jetzt schon zwei Tamer-Level wieder gemacht und zwei Level-Ups. Ah, das tut mir jetzt richtig leid, aber der Postbote kam jetzt gerade und mitten in der Aufnahme... Es waren nur zwei Minuten, also keine Sorge, keine Sorge, ihr habt nicht viel verpasst. Ähm, ja, das Blöde ist jetzt halt nur... Jetzt ist mein ganzer Plan wieder am Arsch hier, ich hoffe ich schaffe das jetzt noch. Weil ich möchte unbedingt Tamer-Level 20 noch werden. Mal gucken, vielleicht werde ich auch die zwei Minuten einfach dranhängen. Am Anfang. So, 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 so. Das mache ich dann wahrscheinlich auch. Ah, der Blöde ist, dann habe ich diese 60 FPS nicht mehr. Ah, ich mache den Part jetzt einfach neu. Ihr habt nicht viel verpasst, also... Einfach leveln, leveln, leveln hier. Wir sind jetzt schon Tamer-Level 18. Haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Müssen wir jetzt gleich gucken, dann können wir in den 5 Minuten, die die... Booster jetzt gleich ablaufen. Äh, wo die abgelaufen sind, äh, die Eis-Devimon killen. Dann gehe ich da nochmal hin. Obwohl der Spot jetzt eigentlich relativ frei ist, dass wir hier eigentlich bis Level 41 level können. Falls wir ja auf Tamer-Level 20 gleich Evos kriegen sollten. 10 Stück oder so. Dann werde ich auf jeden Fall weiter leveln hier. Dann machen wir das später alles nochmal. Dann sollte das alles kein Problem sein. So, zack, die Bohne. Also, wie... Also, Tamer-Level 20 ist locker jetzt drin, ne? Locker, easy. Ah, wah. Dann kommen wirklich jetzt noch die Pakete für meine Mom, ey. Das kann nicht sein. Das ist doch doof. Das ist doch doof. Oh, oh. Immer mitten dann, wenn man was machen will, ey. Das ist doch kacka. So, weg mit dir, dort. Zack, komm, hau drauf da. Hau den weg. Komm, mach doch. Boah. Das sind immer diese paar Prozente immer, ne? die da vieler nicht trifft, obwohl wir schon... Ja. Komm. Zack, so, jetzt sind wir beides. 34 und Level 19. Tamer-Level 19. Können wir denn schon wieder skillen? Jawohl. Ja. Try-Bee macht jetzt 1000. Alles klar, 300 irgendwas. Und ein paar zerquetschte. Döp, 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 döp. Komm, weg. Ein Prozent dann noch. Und jetzt trifft er die ganze Zeit wieder nicht. Boah. So weit regt mich immer auf, ne? Ein Prozent immer da. So, und jetzt weg. Komm. Geht doch. Und der nächste. Der nächste wird umgebracht. Komm. Los. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Und wieder ein Prozent. Oh. Kann ich wahrscheinlich wieder ein Skill einsetzen. Ja. Ich hab keinen Bock immer so lange zu warten, weil... Da haust du 1000 Jahre drauf, bis der mal trifft, ne? Da ist Weihnachten, Ostern. Das sind 5000 Jahre vergangen, ehrlich. Ja, aber in den 8 Minuten kommen wir jetzt locker noch Level. Also Tamer-Level 20. Und das ist super duper. Du, 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 du. So, den müssten wir jetzt aber one hinten. Der ist jetzt... Also. Ja. Nice. Nice, nice. Und wir haben noch so viele 1000 Prozent Booster. Das ist geil. Aber wir sind immer noch 34. Das dauert mir zu lang. Aber gut, wir kriegen ja auch nicht mehr so viel Prozent. Fünf Prozent, glaub ich, nur noch, oder? Hab ich da grad richtig gesehen? Ne, doch. Ne, mehr sogar. Mehr sogar. Machen wir jetzt nochmal hier ein Try-Beam. Bäh. The Try-Beam. Ja, holt. Terme-Level 20 ist drin. Das heißt, wir kriegen wieder irgendwas geschenkt. Hoffentlich, dass wir da was geschenkt bekommen. Ja, also Terme-Level 20. Yippie. Haben wir denn Inventar frei? Ja. Das läuft. Und jetzt müssten wir eigentlich nach dem Level abkommen. Ba-bam, ba-da-bam. Komm, bitte. Jawohl. 35. Jetzt geht's hier los. Wir geben Vollgas. Ihr gebt nur ein Gas, Vollgas. Jawohl, da haben wir es. Und? Ja. 10 Evos. Geil. Geiler Scheiß. Na, ich mach in dem Moment weiter ein bisschen. Ach, geht ja gar nicht. Gut, dann machen wir das gleich. Dann fange ich dafür gleich ein extra Part an. Dann können wir gleich noch ein bisschen so machen. Ein bisschen so rumpolen. Dann können wir schön in Ruhe, in Ruhe weitermachen. Das ist doch wunderbar, wunderschön. Was will man mehr, ne? Weg damit. Wann haben wir denn hier? Dextro-Gremon-Ziel. Alter Schwede, ey. Aber davon droppst du halt nicht so viel. Also... So schnell nicht. Dann können wir gleich nochmal ein Tausender reinballern. Später, dann sind wir auf jeden Fall, äh... Level 41. Pauz. Wunderbar, sag ich da nur. Wunderbar. Und zack. Pauz. Weg damit. Weg damit. Du dum, du dum, du dum, du dum, du dum, du dum. Pauz. Wollte mal Level ab auch gleich wieder. So wollen wir das sehen. Fünf Minutes haben wir noch. Fünf Minutes left. Level 21. Termal Level. Termal Level. Das ist super toll. Wir kommen auch locker. Boah, ey. Ich könnte heute so viel schon machen, ne? Boah. Ich will noch überlegen, ey. Ob ich Livestream mache. Dann können wir das alles machen heute schon. Den, den. Boah, der Spot ist einfach so mega voll, ne? Ich glaube, ich mache wirklich Livestream heute. Ich muss eine Folge, muss ich noch aufnehmen. Dann habe ich schon mal bis Freitag alles voraufgenommen. Zack. Dann mache ich heute Abend so um 18 Uhr bis 22 Uhr oder so Livestream. Ja. Wir haben zwar heute erst den 28.06. Aber, wenn ihr das Video seht. Boah, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich verstehe das nicht. Wieso die immer am Bellen sind, ne? Hallo. Hallo. Hey, nicht mal hier vernünftig aufnehmen kann man, ey. Ohne, dass die hier am Bellen sind. Ja, da kommen die jetzt gleich erst mal wieder in den Backofen rein. So voll hardcore. Erst mal in den Backofen rein. Nein, natürlich nicht. Die kommen in die Mikrowelle. Was denkt ihr denn? Ey, kill den. Versteht das auch nicht. Neuerdings, ne? Die sind, da hat der noch nie gemacht. Noch nie gebildet oder so. Check auch nicht, was mit dem los ist. Irgendwelche Probleme oder so. Ey, Dude. So, drei Minuten haben wir hier noch. Oh, was ist das denn? Lollipop. Wo kann man den denn reinballern? Der gibt XP und so dazu. Glows sind das? Attack 100 XP 100. Ja, dann nehmen wir doch die, ne? Der ist doch klar. Dann nehmen wir die doch. Dann dürfen wir nur die Glows nicht wegschmeißen. Weil die gehen ja 23 Tage. Weil das wäre ja dann ein bisschen mies. Biedelmon. Ne, Metall-Caboteremon ist das ja, ne? Metall-Caboteremon. So ein Lollipop. Fall aber auch noch für einen Tag, ey. Aber egal. Besser als nix, würde ich sagen. Oh, ein Ring. Ne, das ist nur ein schwarzer. Den brauchen wir nicht. Die sind nicht so gut. Machst du denn ein Video? Wenn ja, hallo YouTube. Yo. Der Kuru on the road. Der kann mal gleich mitmachen. Kannst gleich mitmachen. Bam, 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 bam. Hab auch Evos. Ja, Evos habe ich. Alles klar. So, 22 Thema-Level. So, wir haben nur eine Minute und dann können wir gleich schon mal uns verpieseln. Dann level ich gleich weiter. Da machen wir erstmal so einen kleinen Orga-Kram. Er hat ja nur vier Stunden gehabt heute. Ja, hat er mir ja gesagt. Der Dude. Der Dude, der Dude, der Dude. Memory Chip. Memory Chip. So, level 37 will ich noch drin haben. Da müsste er aber auch drin sein. Ja, normal. Easy. In den 55 Sekunden. Läuft. Ah, schon 22 wieder. 22. So, musst du das. So, zack, zack, zack. Jetzt kommen die wieder hier angetorkelt, die Hunde. Ich wetten. Komm, kommt doch mal wieder jenen. Dann seid mal wieder laut, ey. So, Ei noch. So, tschüss und Pauz. Pauz, level 37 wohl. Dann können wir jetzt direkt gleich mal wieder zurückgehen. Oh, wir haben sogar Jump Booster. Das ist ja noch geiler. Noch geiler, Meiler. Links kann ich wieder einsetzen, die Time Bomb, ne? Ach man, der 1% jetzt wieder hier. Brauchst du was? Evos habe ich. So, dann haben wir das abgelaufen hier. Ähm. Boah, ein Digimon. Dann kriege ich wieder ein Skill Level ab. Dann haben wir den auf Max. Na, zack. Das hat einer nur noch gewesen. Wenn nicht, dann nochmal hier. Weil dann mache ich eben schnell die Eisdivion Quest noch. Wenn das jetzt noch. Ich glaube, da passt eh nicht mehr rein. Na, zack. Mein Gott, wie lange brauchen wir das? Man kriegt doch ohne die XP Booster so richtig viele. Bam, bam, bam. Jetzt komm, jetzt gib uns doch den letzten Rest hier. Jawohl. So. Dann müsste der jetzt auf Max sein, ne? Ne, nur einmal. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in Stats kurz. Alles eben ändern. Dies, das, Ananas. Dies, das, Ananas. Dann können wir die auch wegschmeißen. Die Monsterkarten lasse ich erstmal. Hm. Den ganzen Shit. Können wir schon mal einsetzen. The Warehouse. Erweitern wir. Ja, das macht so Spaß. Schalalala. So, das Gute ist, wir haben dann noch E-Bus übrig für später. Für später, Peter. Späde, bü, 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 bü. Dann kriegen wir jetzt gleich unser drittes Inventar. Du, 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 du. Tag, boah, das sieht doch wieder schön aus. Jawohl. Drei Stück schon wieder. Und dann schalten wir mal eben das Mega-Level frei. Zack. Das machen wir später. Moment. Return. So, die brauchen wir erstmal nicht. Die auch nicht. Immer nur die mit dem grünen Rand. Zeige ich euch gleich. So, die können wir auch wegmachen. Weil, wie ihr seht, die haben eine Scanning-Kost von 113b. Das sind also keine wichtigen Eggs. Immer nur da, wo 125 steht. Da, hier seht ihr 125b. Daraus könnt ihr Daten ballern. Die ihr braucht zum Hedgen. Deswegen, die behalte ich erstmal. Da müssten das auch welche sein hier. Und den können wir auch wegballern. Du, 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 boah, boah. So, 2M, dat. So, returned haben wir jetzt. Dann können wir jetzt auch schon mal wieder scannen. So. Seht ihr, wir bekommen schon Devil-Daten daraus. So, wenn wir das sehen. Und nochmal die Pflanzen-Dinger. Plant-Data kann man immer gebrauchen. Und der Rest kommt ab, ab dafür. Hier rein. Können wir einmal sortieren. So, zack. Damit es auch allen gut geht, so. Und hier auch nochmal. Dann gehen wir erstmal hier die Olle abfragen. So, die Terminal. Im D-Terminal. Da geht die Party ab. Im D-Terminal. So, wo ist sie denn? Wo ist denn die Gute? Ja. Ja, Snowstorm Village will die, dass wir da hingehen. Ja, ich gebe die einfach ab für dich, so. Fertig. So, und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüss.